Von der Firma Elecrow habe ich das Crow Panel 2,4 Zoll mit ESP32 und Touch-Funktion für ein Review zur Verfügung gestellt bekommen. Schauen wir uns doch mal den Lieferumfang an. Wir haben hier erstmal ein Anschlusskabel mit Buchsenstecker auf der anderen Seite. Dann ein Acryl-Gehäuse, welches wir auch noch gleich aufbauen werden. Und natürlich den Mikrocontroller, welcher über drei Groove-Adapter verfügt, die mit UART, I2C und GPIO-D beschriftet sind. In diese kannst du halt das Anschlusskabel reinstecken und durch die kleine Klemme hier sitzt das auch sehr fest. Schauen wir uns doch mal die Schnittstellen genauer an. Wir haben drei Schnittstellen, wie bereits erwähnt. Diese sind halt in diesen kleinen weißen Kästchen hier beschriftet, also immer da drüber. Und dort erkennen wir auch, wo welcher Pin halt anliegt. Das Gute ist, durch diese Anschlusskabel kannst du da eigentlich nichts verdrehen, außer du wendest Gewalt an, um das Kabel reinzustecken. Zusätzlich verfügt das Modul noch über einen SD-Karten-Slot, einen Anschluss für einen Speaker und einen Anschluss für die Batterie. Der Anschluss für den Speaker und die Batterie ist gleich, das heißt, du musst aufpassen, wo du jetzt deine Batterie reinsteckst. Und für die Programmierung verfügt dieses dann halt über eine USB-Typ-C-Schnittstelle. Oben finden wir noch die beiden Taster Boot und Reset, über welche wir halt entweder einen Mikrocontroller neu starten können oder flashen können. Auf dem Board arbeitet halt, wie bereits erwähnt, ein ESP32. Vorne finden wir dann das Display mit einer Auflösung von 240x320 Pixel, Full Color und im Lieferumfang ist noch ein passendes USB-Typ-C-Datenkabel enthalten. Kommen wir jetzt nun dazu und bauen erstmal das Gehäuse auf. Das Acryl-Gehäuse schützt halt deinen Mikrocontroller vor äußeren Einflüssen, aber ist halt nach allen Seiten offen. Dementsprechend musst du halt trotzdem noch aufpassen. Jedoch, wenn dieser mal runterfällt oder so, ist das schon deutlich besser als ohne. Wenn wir nun alles ausgepackt haben, dann finden wir eine Platte, die kommt zwischen dem Mikrocontroller und der hinteren Platte und enthält zwei so eine Muttern. Dann die vordere Seite, die Displayseite, vier Schrauben und dann halt die hintere Seite, welche dann noch zusätzlich die Beschriftung enthält. Eigentlich recht einfach. Diese kleine graue, braune Klebefolie, die hängt an allen Ecken und Kanten immer so ein bisschen fest und da muss man mit dem Fingernagel drauf rumratschen, dass man die dann auch wirklich losbekommt. So richtig schön ist das nicht, aber es ist halt in der Produktion wahrscheinlich nicht anders möglich. Diese kommt jetzt hier hinten so drauf, dass die Komponenten sozusagen geschützt sind von der Rückseite, also die wir jetzt auch noch anschrauben werden. Denn sonst würde das halt direkt auf die Chips drücken und das wäre halt nicht so schön. Dann packen wir jetzt nur noch schnell die vordere Seite aus und wenn auch das erledigt ist, dann stecken wir es dann auf. Weil wir schrauben nämlich von hinten durch die Rückseite in das vordere Gehäuse sozusagen rein. Und daher müssen wir halt alle Platten dementsprechend übereinander stapeln. Und auch hier ist wieder so eine kleine Folie drauf. Können wir das Ganze auch schon zusammensetzen. Die Schrauben darfst du halt nicht allzu festziehen. Mir ist halt aufgefallen, zum einmaligen Festziehen sind die völlig okay. Jedoch, wenn du das Gehäuse mal auseinander bauen willst, warum auch immer, und dann halt die Schrauben löst und wieder anziehen willst, dann sind die halt ausgegnadelt. Die sind halt einfachste, günstigste Schrauben, die man halt finden kann. Hier hätte man gegebenenfalls ein paar Cent mehr investieren können und vernünftiges Material verwenden können. Auch darfst du die Schrauben nicht zu fest anziehen, denn es ist immer noch ein Plastikgehäuse und dementsprechend könnte das halt brechen. Wenn man alles zusammengeschraubt hat, dann hat man ein sehr schönes Gehäuse, wie ich finde, was echt hochglänzend ist und somit Fingerabdrücke gut annimmt. Aber es wirkt halt viel besser, als wenn man den losen Mikrocontroller, also sozusagen die Platine vor sich hat und irgendwo rumfliegen hat. Ich habe jetzt einen 3D-Drucker, ich könnte mir halt sowieso ein kleines Gehäuse drucken dafür, aber so ist das halt für jeden eine gute Sache. Schauen wir uns doch mal an, wie das Gerät sich verhält, wenn wir diesen Mikrocontroller jetzt mit dem Computer verbinden. Dazu verbinde ich jetzt nun das USB-Typ-C-Datenkabel mit meinem Computer. Der Mikrocontroller erhält Strom und das Gerät startet. Zunächst einmal werden ein paar technische Daten angezeigt und anschließend wird ein Beispiel abgespielt. Dieses wurde mit einer speziellen Software entwickelt und zwar ist das LVGL. Damit kannst du richtig gute Dashboards programmieren, also nicht so wie in der Arduino IDE mit geometrischen Figuren oder so, sondern halt wie du hier siehst mit Interaktion, mit Reiter, Diagramme, also richtig schon was Schönes. Dazu werde ich in einem separaten Beitrag noch kommen. Starten wir jedoch erstmal mit der einfachen Programmierung des ESP32 in der Arduino IDE. Unter Werkzeuge, Boards findest du normalerweise einen Eintrag, ESP32. Dieser ist bei mir noch nicht, denn ich muss diesen ja erstmal installieren. Dazu wechsle ich in den Einstellungen zu den zusätzlichen Boardverwalter-URLs und füge diese Adresse hier hinzu. Diese findest du nochmal in der Videobeschreibung bzw. in meinem ausführlichen Blogartikel, welchen ich dir ebenso in der Beschreibung zum Video verlinke. Wenn wir jetzt nun die Adresse einmal öffnen von dem GitHub-Repository, dann sehen wir auch eine Liste, welche Mikrocontroller von diesem Board-Treiber unterstützt werden. Da ist halt auch unser Mikrocontroller halt dabei. Wenn wir das Ganze gespeichert haben, dann wird die Seite sozusagen indexiert, aber der Treiber ist noch nicht installiert. Diesen müssen wir noch manuell nachinstallieren. Dazu gehen wir in den Boardverwalter, suchen nach ESP32 und finden hier ein entsprechendes Paket von Espressive Systems und dort wählen wir die Schaltfläche Installieren. Nun werden die Pakete aus dem Internet geladen und der Treiber installiert. Das dauert je nach Rechner- und Internetgeschwindigkeit ein paar Minuten. Ich habe das hier einfach mal vorgespult. Wenn die Installation abgeschlossen ist, dann finden wir unter Werkzeuge, Boards, einen Eintrag ESP32 mit ganz vielen vorkonfigurierenden Mikrocontrollern und hier wählen wir jetzt nun unseren ESP32-WROM32 aus. Und dieses ist halt der Mikrocontroller, mit welchem wir nun weiterarbeiten werden. Und im nächsten Schritt können wir dann erstmal unsere Installation validieren. Das heißt, wir schreiben uns ein kleines Programm, mit welchem wir prüfen, ob wir einen Code hochladen können, ob ein Code auf dem Mikrocontroller ausgeführt wird. Zunächst wählen wir aber noch den korrekten Comport, denn dieser wird nicht automatisch ausgewählt. Ich nutze hier immer eine einfache Ausgabe von Hallo Welt auf der seriellen Schnittstelle. Das ist ein kleines Programm, das wird schnell kompiliert und hochgeladen. Und unsere Ausgabe im seriellen Monitor zeigt halt an Hallo Welt. Das heißt, wir können ein kleines Programm hochladen. Bauen wir uns jetzt mal eine kleine Schaltung am Crow Panel auf. Dazu nutze ich die I2C-Schnittstelle und die GPIO-D-Schnittstelle. Ich habe hier so ein Zweifach-Button-Schnittstelle mit einer Groove-Schnittstelle. Das ist dafür bestens geeignet, denn hier kann ich ganz einfach das Anschlusskabel reinstecken und habe dann auf der anderen Seite zwei Stecker. Das Problem ist, wir brauchen ein Groove-Kabel mit zwei Seiten mit Stecker. Dieses ist etwas anders hier und hat nicht so eine Klemme dran, aber durch die beiden Nasen kannst du dieses auch nur in eine Richtung in die Buchse einstecken. Jedenfalls gewaltfrei. Wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Pin-Belegung der Kabel auch übereinstimmen. Das heißt, wir können auch diese Kabel an dem Crow Panel verwenden. Stecken wir jetzt nun das Button-Shield an die GPIO-D-Schnittstelle an und an die Schnittstelle, welche mit I2C beschriftet ist, schließe ich mir gleich noch zwei LEDs an. Das Taster-Modul bietet sich deswegen schon alleine an, weil wir keine extra Schaltung auf irgendeinem Breakboard aufbauen müssen, wie hier mit den beiden LEDs. Schließen wir jetzt nun mit dem Anschlusskabel an die I2C-Schnittstelle die kleine Schaltung mit den LEDs an und schauen uns das mal an, wie das dann halt aussieht. Das entsprechende Programm habe ich bereits hochgeladen. Ich brauche jetzt nur noch das USB-C-Datenkabel in den Mikrocontroller stecken und kann jetzt über die beiden Taster die LEDs ein- und ausschalten. Eigentlich ganz einfach. Das würde auch mit jedem anderen Mikrocontroller gehen, dazu bräuchte man eigentlich nicht extra das Crow Panel. Schauen wir uns mal das Programm an. Die beiden LEDs sind jeweils an den GPIOs von I2C angeschlossen, also an der Schnittstelle, die mit I2C beschriftet ist, und die beiden Taster sind an GPIO-D. Zusätzlich braucht man noch zwei Felder zum Speichern der Zustände der LEDs und in der Setup-Funktion definieren wir, dass die Pins der LEDs als Ausgang und die der Taster als Eingang über den internen Pull-Up-Widerstand gehen. Wenn wir Pull-Up verwenden, dann müssen wir in der entsprechenden IF-Bedingung auf Low prüfen. Wenn wir Pull-Down verwenden, müssen wir auf High prüfen. Und nun gibt es halt nichts Besonderes. Wir kehren einfach den Zustand der LEDs um und schreiben den neuen Wert dann an die LED. Am Ende legen wir noch eine kleine Pause von 250 Millisekunden ein, damit wir den Taster entprallen. Also kein Hexenwerk. Und für den blauen Taster mit der blauen LED erfolgt das Ganze analog. Kommen wir nun dazu und programmieren unseren Mikrocontroller einmal in MicroPython. Dazu müssen wir diesen neu flashen. Auf der Seite von EleCrow zu diesem Crow Panel findest du unten weiter Ressourcen und darunter unter anderem halt das Flash-File für MicroPython. Dieses können wir einfach hier als ZIP-Datei herunterladen und wenn dieses geschehen ist, müssen wir diesen Download erstmal entpacken. In dieser ZIP-Datei befindet sich lediglich eine einfache Bindatei, welche wir über die Kommandozeile mit dem ESP-Tool auf dem Mikrocontroller sozusagen flashen können. Ich gehe hier einen anderen Weg und wähle die Tony IDE. Diese kleine Entwicklungsumgebung für MicroPython und CirclePython kann auch den Mikrocontroller flashen. Dazu wählen wir unten rechts den Interpreter aus, wählen unseren Mikrocontroller aus, die Variante, das Modell und so und wählen hier nicht den Link, sondern über diesen kleinen Button wählen wir jetzt nun unser Bindatei und flashen diese mit nur wenigen Klicks dann halt auf den Mikrocontroller. Einfacher kann es eigentlich schon gar nicht mehr gehen. Wenn das jetzt gleich abgeschlossen ist, dann wird uns das mit dem Text Done angezeigt. Wir können den Dialog dann verlassen. Der Controller wird jetzt nun neu gestartet und wir sehen in der Ausgabe, dass dieser mit der 2022er Version von MicroPython geflasht wurde. Programmieren wir jetzt nun das Blinken zweier LEDs mit MicroPython an dem QuoPanel. Wie gesagt, das QuoPanel hat drei Schnittstellen mit jeweils zwei GPIOs und Stromversorgung und hier können wir jetzt beliebigen PIN wählen. Ich nehme hier GPIO D und klemme mir ein Groove-Kabel an. Wenn wir das jetzt mal eingesteckt haben, können wir uns auch gleich die andere Seite anschauen, denn hier finden wir statt wie bei dem mitgelieferten Kabel Buchsen, sondern Stecker. Das ist deutlich sinnvoller, denn wenn wir mit einem Breadboard wie hier zu sehen arbeiten, nützen uns die Buchsen halt nichts. Ich verwende hier zwei 5 mm LEDs. Die haben zwei Beinchen, einmal Kathode, einmal Anode. An der Kathode schließen wir 20 Ohm Vorwiderstand an und an die Anode den digitalen PIN. Wir können uns das auch ganz einfach mit den Beinchen merken. Kathode ist das kurze Beinchen und K wie kurz. Wenn das Ganze jetzt nun aufgebaut ist, dann brauchen wir halt nur die Enden von dem Groove-Kabel verbinden. Die Kabelfarben sind hier wie folgt. Das gelbe Farbe ist mit GPIO 25 verbunden. Das weiße ist mit GPIO 32 verbunden. Und die Stromversorgung erfolgt natürlich wieder über dem schwarzen Kabel Ground. Und das rote ist mit 3,3 Volt belegt. Das brauchen wir in unserem Fall nicht. Und das stecke ich hier einfach mal aufs Breadboard, damit das nicht umherfliegt. Damit ist jetzt unsere kleine Schaltung am Quo-Panel fertig. Wir können das USB-C-Datenkabel einstecken und einmal mit der Programmierung starten. Die beiden LEDs leuchten jetzt schon, weil die Pins sind irrtümlicherweise bereits alle auf High gesetzt. Wechseln wir nun zur Tony-ID und schauen uns mal das kleine Programm an, um die LEDs zum Blinken zu bringen. Wir benötigen hier die beiden LEDs, die ja an den GPIOs angeschlossen sind. Und in der Enddurchschleife werden wir jetzt diese nun einfach immer auf High setzen, dann eine kleine Pause einlegen, dann wieder auf Low setzen und auch wieder eine kleine Pause einlegen. Führen wir das Programm jetzt nun einmal aus. Wir sehen jetzt, dass diese beiden LEDs simultan anfangen zu blinken. Damit haben wir auch nun validiert, dass unsere Programmierung im MicroPython ebenso funktioniert. Wir können auch ganz einfach ein Wechselblinken einrichten, indem wir dann halt immer eine LED aktiviert haben, während die andere aus ist. Und nun haben wir ein Wechselblinken programmiert. Ganz easy. Das größte Feature von diesem Quo-Panel ist jedoch das große TFT-Display. Und wie dieses programmiert wird, das zeige ich dir in einem separaten Beitrag mit Squareline Studio.